Das große Comedy-Gipfeltreffen. Ist das dann Stand-up oder bekommen die Älteren einen Stuhl? Also ich frag für einen Freund, also für einen Kaya. Heute gibt's aufs Maul, Paul. Tja mal, ist das Motto heute eigentlich 80er oder kann sich Paul mal was ordentliches anziehen? Haha, google mal Stil, Junge. Ey, was guckst du? An Ostern gibt's was auf die Lachmuskeln. Paul Panzer gegen Kaya Janar bei Schlag den Star. Karl Samstag, 20.15 Uhr, ProSieben. Oder streamen auf Join.